Das ist eine Ideenfabrik. Was ist eine Ideenfabrik? Das ist sie. Da gehen Leute rein. Manchmal passieren seltsame Dinge. Wieso? Im Vorstuhl Sputz. Wenn du Glück hast, kommst du an. Dann kommt der Chef und gibt einem eine kleine Aufgabe. Oh, das ist aber viel zu viel. Was machen die denn jetzt? Die machen eine Kreativpause. Und was machen die jetzt? Keine Sorge, die Ideenfee hilft. Die Ideen sind die Ideen, die in das Bild zu erledigen. Nur mir kommen. Ui, toll! Jetzt haben sie es geschafft! So funktioniert die KW-Ideenfabrik. Komitee-Mitglieder waren folgende Damen. Weithin, danke! Guck mal, aber ohne Lachen. Wer ist hier näher am Mikrofon? Sandra Müller. Also, nein, nein. Die Komitee-Mitglieder waren folgende Damen. Sandra Müller, Inga Parchmann und Franka Müller. Gesprochen wurde es von Sandra Müller und... Leonie, der Eidechsenkönig. Genau. Die muss jetzt wieder arbeiten, verdammt! Verdammt! Vielen Dank! Vielen Dank!